Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von TTTTTTTTTTTTTT. Mit dabei sind wir immer dieselben Verdächtigen und wir sind im Präsidentenflugzeug und sagen... Aber wir kacken gern hier! Hallo! Hallo! Der größte Verdächtige von allen ist sowieso Pat. Ja, hallo, da guck! Hallo! Was? Das ist schön, es war mal ganz kurz weg und wird das jetzt eine Explosion. Wunderbar. Hey, mach den weg! Ich sehe tote Menschen! Keine Ahnung, niemand hat versucht zu abschießen, aber... Die Fahrt hier liegen überall nur Leichen! Ich glaube nicht, dass nichts ist. Wo bist du? Äh, daheim! Ja, toll, danke! Äh, hinten. Wie gemacht? Ja, toll! Hinten, in dem Airbus. Hast du Radar? Ja, wie ich Radar! Ja, ob du Radar hast? Ähm, hat Radar, Alter! Du hast doch Cheat-On. Natürlich, ne, mein ESP habe ich angemacht. Ach, wenn es was nichts ist. Ja, klar! Du musst doch irgendwo Grenzen kennen. Also entweder müsst ihr ganz unten sein, oder hinter uns irgendwo oben. Ne, ist geradeaus unten, Stock. Unter uns jetzt. Geradeaus! Ja, ich glaube ja. Jetzt irgendwo unter uns. Hier unten in den Lüftungsschichten. Guckuck! Oh, nicht gescheit springen, ja. Ey, wer ist das, ne? Er hat sich eingestellt in den Kühlraum. Hallo! Was? Du ineffizientes Stück Scheiße! Was? Ich bin Resport und die Türen krieg aber die Türen zu. Erstmal Snickers, minus elf Punkte. Inkompetentes Stück! Long! Einfach nur geil. Aber beide Headshots, ich will mich nie direkt durch. Safety Dance! Ich will ihn umbringen und du einfach, nee, ich erschieße dich jetzt. Alter! Ich lass dir nicht die Freunde am Tüten. Ich bring dich selbst um. Lass du mich jetzt wieder ab? Hi Roach! Hallo! Ich schieße dich erst mal. Alter! Was? Ey, was war das jetzt? Scheiße! Da kommt der Traitor-Kollege! Ich hab keine Ahnung! Ich war grad im Wiffen irritiert. Ich hab grad die rausgesaugt, ne? Ich hab die einfach rausgelassen und hab gedacht, okay, passt. Was? Und dann kommt plötzlich mein eigener Traitor-Kollege um die Ecke und der immer, scheiße, nee. Ich hab auch nur gesehen, wie auf einmal gesagt wurde, Pant mal raus und Pant ist da nichts. Und was macht ihr? Diesen Labor und dann hab ich jetzt gemacht. Oh Gott! Nein, 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 nein. Wie ist da hab ich grad Schaden bekommen? Alter! Erstmal rumballern. What the fuck? Ey! Die Flatscreens waren teuer! Das ist die Holzklasse! Scheiß auf Flatscreen! Ich hab ja überall hängen. Was? Verpiss dich, sonst bist du tot. Ich sag's dir gut. Warum? Hallo! Äh, ich weiß nicht, du kennst Peter. Ist so kacke! Hallo, Pet. Na, bin ich gleich tot? Ne, Pet? Pet! Baby! Was war das? Du Arsch! Was war das? Ja, der hat ein Baby auf mich geworfen, der Sack. Der hat ein Baby auf mich geworfen. Der hat ein Baby auf mich geworfen. Der hat ein Baby geworfen. Der Sneakers ist aber tot. Dann hab ich getötet. Der hat nur noch einer. Du Arsch! Was? Was war das? Wer ist es? Wo ist er hin? Holy shit! Warte, ist er tot? Goddemmit! Ey! Mann, Mann, Mann! Warum? Ich wusste nicht, ey! Ich dachte nur, wo bist du hin und hab ganz vergessen, dass du hier in die Toilette gegangen sein könntest! Ich bin da Respot in der Toilette! Denk da so, scheiße ich hab keine Waffe! ich bin nicht gestorben vielleicht war die hitbox vom stuhl größer als aber da ist diese treter falle diese bombe was war das eigentlich für den ländlich gespissen ab wieso habe ich eigentlich nur ein rifler macht den scheiß tür auf Was ist das überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht, ich hab das neu rausgekommt. Was ist hier? Kannst du Bohrer ansetzen, um ins Kopf zu kommen. Und wie kannst du Bohrer machen? Und dann? Ich hab das auch noch nie gemacht. Wie kann man das dann machen? Was brauchst du dazu alles? Vielleicht, vielleicht irgendwo im Lagerraum oder sowas? Wie komm ich jetzt hin? Ich lebe doch raus. Ich hab ein Kuscheltier. Guck mal, ich hab ein Schildkrötenkuscheltier. Guck mal, hallo, guck mal, guck mal. Guck mal, wie flauschig. Guck es dir an. Die Tür ist übrigens offen. Du hast erklärt diesen Alarmton. Ja? Da kommt man nicht rein, oder? Ich hab grad schon mal versucht, aber... Ich bin mit Panther im Keller. Ohli, ich hab überall hängen, hey, what the fuck. Guck mal, ein Aufzug. Wenn ich gleich tot bin, ist es fein, oder Roach? Was? Ja, kommt doch. Ja, vielleicht kommt er schnell, wenn man mehrfach drückt. Nein, kommt er nicht. Aber erstmal nochmal drücken. Baby! Hi, Roach! War das? Ja. Ja, okay. Niemals kommt mein Kuscheltier zu nahe. Und der Aufzug ist immer noch nicht da. Was soll denn die Kacke? Fanta? Ja? Wo bist du denn? Ich bin ja hinten im Aptail, aber ich komme... Ah, ich komme doch wieder raus. Komm, drückst du einmal rauf und runter? Wie rauf und runter? Hä? Ah, jetzt ist er da. Ja. Ach, sehr schön. Toll. Hau, du mit dem. Ich geh zu Fuß. Äh, auch wenn ich drück den Paddard, dann muss ich ducken und dabei sprengen. Oh, der sagt, ja. Ach. Ah. Wow! Was war... Was, Menka, ist da passiert? Guten Tag, der Aufzug kommt. Für uns aufzudrücken. Guten Tag, Herr Pett. Guten Tag. Wollen Sie mit... Darf ich mitfahren? Welchen Stockhaus wollen Sie denn? Ja, ganz unten. Ich will was gucken. Ja, tun Sie das, Herr Pett. Passen Sie auf, dass die Klappe da oben nicht runterfällt. Nee, da ist so eine böse Kugel drin. Aber das kann nur der Trader machen. Dann bin wir mal so schnell tot. Oh! Wir sind noch nicht ganz unten, Herr Pett. Wir bleiben Sie stehen. Tschüss. Doch, Panther. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, Panther. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Bing! Ach, da gehört die. Hallo! Nee, oder einer? Wer ist denn das hier? Ich bin bei Larch. Ich bin bei Larch. Ich bin bei Larch. Hier und die anderen zwei sind mit dem Aufzug gefahren. Kann man das machen? Kann man hier irgendwie rein? Ich glaub, da kann nur der Trader. Du kommst auch von der anderen Seite. Der kann der Trader irgendwas aufmachen. Ach du Scheiße! What the fuck! Oder was? Ja. Dann kann man sich ja anscheinend verstecken. Ich komm gar nicht rein. Ah, jetzt schon. Was mach ich da? Tschüss. Was ist eigentlich der kommt da hinten? Was soll das denn? Keine Ahnung. Ich möchte ja da reinkommen. Du musst irgendwie reinkommen. Weil da ist ein Rad. Das möchte ich gern drücken. Oh! Der Aufzug ist da. So! Jetzt hoch! Panther? Roach? Roach? Ja gut. Okay. Panto oder Roach? Oder beide. Zum Beispiel der hier. Schade. Schade. Oh! Oh! Scheiss. Mad turn. Okay. Das war unerwartet. Wo? Da gab's keine Zip-Charts. Nee, wir sind ja nicht durch die Tür. Auf jeden Fall. Das war uns erwartet. Well played. Schack-Gun und... Nee, ich will nicht die Glocke. Ich will die Diägel. Wo ist die Diägel? Oh... Schack-Gun und die Diägel. Wo ist die Diägel? Wo ist die Diägel? Schack-Gun und Diägel? Schack-Gun und Diägel. Hat jemand so eine Utzi? Ne... Keine Rifle. Mein Gott. Wer werft hier die ganze Zeit mit diesem... Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Fräß dich selber mal. ich möchte sagen habe ich leicht ungünstig zum dort stehen zu bleiben also aus so tipp an rande quasi ich will eigentlich ja da war es nicht einmal so ich bin aufzug ist ja ich bin da aufzug ist weg der snickers der snickers randadiert er schießt denn das Warte. Warte. Weck da weg, 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 weg. Der ist ja knöbelig. Man! Harpiong ich hab' dachte du schießt auch. Das war halt komisch, die schießen alle rum und du stellst dich ja immer in die Ecke ohne Waffe. Ja Roach, geh alle! Mit zwei HP überlegt. Huuu, Roach ist erster mit 27 Punkten, dann da los ey. Fick dich! Ich habe mich schon gewundert, warum antwortet ihr das Säcke mir nicht mehr? Passiert Ich meine schon schade, dass du die Runde davor geschossen hast, weil ich habe mir gerade eine John-Bomb gekauft, wenn die wieder zusammengestanden hätten, er des Namers Lebst du noch? Eigentlich wollte ich ja mit Aufzug runter und wollte schauen, ob ich da rein kann Ziel Ich werde mal gucken, ich habe den Bug wieder, dass ich wieder Eulen schreiben kann Danke Muss gleich mal Disconnecten, Neu-Connecten, soll der Terror aufgehen Hast du das da mit der Tüge? Nein, das hat Kerstin C Lebt denn überhaupt noch alles, also du auf jeden Fall Hör mal fragen, warum Slickers geschrieben hat, er hat John-Bomb Ja, wie gesagt, ich habe was mit dir, ich habe den Bug eigentlich, ich habe nicht jeden Chat, kann ich jetzt im normalen Chat schreiben, im Detektiv Chat oder Traitor Chat, das ist ja ein Unterschied Alles klar Ich bin safe Ist kein Witz, du kannst gerne googlen, dann ist bestätig Ja, ist okay PAD, lass mich in Ruhe Die Tür ist ja offen Ja, dann habe ich doch gerade mit PAD gesagt Das habe ich vielleicht, äh, ihn gekonnt ignoriert, hallo PAD Hallo Vorsicht, da ist die Tür, die dann Ja, wir wollen auf euch Hallo Und sein Name ist Was? Mit deinem Namen? John Cena Okay Okay Was war das denn? Was war das denn? Ah, und sein Name ist John Bosse Ich wollte es unbedingt machen Ich wollte es unbedingt machen Aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich in jeden Chat, wo ich bin, kann ich nicht reden können Äh, Roach, das war es mir wert, ne Ein Kill auf sicher Mein Gott, Alter Und das war es mit der Folge, war ein bisschen eine kürzere Folge, aber hat wieder mal Spaß gemacht Aber das Name ist John Cena Das Name ist John Cena, wir sind raus